Dein Freund, wer ist das? Böse Familie. Ganz schön hässliche Visagen in deiner Familie. Was ist mit dir? Mit dem ist gar nichts. Ich hab ein Problem mit dir, Mann. Du hast kein Problem. Ich hab ein Problem mit dir, Mann. Du hast mit mir kein Problem. Du hast kein Problem. Ach nein? Nein. Ihr stinkt nach einem verfluchten Schwach. Hält nicht so eine Scheiße. Siehst du, wie es dir spricht? Es ist ein Embustero. Es ist ein Honorea. Was redest du für ein Scheiß? Niemand. Es ist ein verdammter Bulle. Es ist ein verdammter Bulle, Mann. Hatsbaul! Hatsbaul! Komm schon, du wirst doch diesem Arschloch nicht glauben. Also, was ist hier los? Sag's mir. Verdammter Scheiß, er beklaut uns. Es ist ein verdammter Bulle. Es ist ein verdammter Bulle. Es ist ein verdammter Bulle. Es ist ein verdammter Bulle, Mann. Es ist ein verdammter Bulle. Es ist ein verdammter Bulle. Es ist ein Tambo. Bach hatte doch Spantalone. Ich bring dich um, Mann. Ich bring dich um, Mann. Du bringst mich um? Verfluchter Idiot. Okay. Ja. Ich habe nichts, Mann. Komm schon, dre dich um. Verfluchter Bulle! Da steckt doch das Geld. Der ist nichts. Wow. Ups. Fuck. Was ist das? Grüne Scheiße? Operation Seed Chase. Großes C für Cash. Washington möchte, dass Seed Chase zu der mit Abstand größten Razzia der Geschichte der US-Zollbehörde wird. Diese Typen muss ich nicht vorstellen. Pablo Escobar und sein netter Handlanger Don Cheppe. Sein oberster Finanzverwalter Rudi Armbrecht und sein Haupthändler Roberto Alcaino, alias der Juwelier. Wir müssen das Gift von der Straße kriegen. Okay, raus, raus, raus. Alle Mann raus. Halt, warten Sie, warten Sie. Sie werden außertariflich bezahlt, deshalb werden keine Überstunden aufgeschrieben und jetzt wirklich raus. Ach, Masur. Augenblick noch. Was ist? Sie haben sich bei den Moras ganz schön verplappert. Ertz, jetzt sind Sie dran. Sie wird Ihre zukünftige Ehefrau sein. Kathy Ertz, Bob Masur. Ich wünsche Ihnen viele glückliche Jahre. Hi. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Äh, Tischler bat mich, Ihnen meinen Lebenslauf zu geben. Nur eine Seite? Ich bin nicht allzu kompliziert. Oh Mann, ich will auch eine Verlobte. Bevelin, ich bin zu Hause. Lief alles glatt? Oh ja. Ein Kinderspiel. Holzen Sie den Tisch genommen! War es das als verdeckter Ermittler? Ja, aus und vorbei. Wir müssen den Leuten sagen, dass Drogen nicht toleriert werden. Polizisten, ergänzt Sie mich! Anderen, stellen Sie! Hören Sie zu. Washington möchte die größte Razzia in der US-Geschichte machen. Es geht um Pablo Escobar und seinen Haupthändler Roberto Alcano. Machen Sie bitte? Sie sind verantwortlich für 80 Prozent der Drogen, mit denen unser Land überschwemmt wird. Versprich mir, das ist das letzte Mal. Das Team wird umgestellt. Missouri, Sie sind bei Abreu. Der Kerl ist verrückt. Ich kenne diese Typen. Man muss mit ihnen wetten gehen. Man muss mit ihnen saufen. Man muss einfach alles mitmachen, Mann. Das ist Ihre zukünftige Ehefrau. Verdammt, ich brauche eine Verlobte. Wie oft hat sie schon verdeckt ermittelt? Das ist das erste Mal. Aber sie war die Beste Ihrer Klasse. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin ein großes Mädchen. Nur ein falsches Wort. Es geht los. Ein Ausrutscher. Meine Freunde, willkommen in den Vereinigten Staaten. In meinem Geschäft kommt nie etwas Gutes heraus, wenn das Vertrauen fehlt. Wenn das Vertrauen fehlt, gibt es keine Loyalität. Und das endet nie gut. Auf den Boden! Das war ein Vorsbrechen. Sie haben die Rolle.